Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von 360Football. Heute haben wir einen Special Guest dabei, Sven von FußballCon Oechslin. Und heute testen wir auch die neue Puma-Kollektion. Und wir starten mit einer Challenge. Ich würde sagen, legen wir direkt los. Vamos! Challenge Time. 360Football gegen Oechslin. Nein, wir machen alle gegeneinander. Und zwar nehmen wir den Rebounder dazu. Ball an den Rebounder, direkt Volleyabschluss. Und dann gibt es, wenn man oben in die Ecke trifft, drei Punkte. Einfach aufs Tor, gibt ein Punkt und unten in die Ecke zwei Punkte. Schauen wir mal, ob FußballCon Oechslin gewinnt. Oder ob 360Football, eigentlich 2 gegen 1. Aber wir werden uns auch duellieren. Jeder will gewinnen. Ich würde sagen, legen wir los. Let's go. Ich starte. Heute, wir machen drei Challenges und wir rechnen alle drei Challenges zusammen. Verlierer. Das altbekannte Arschrotzen. Arsch runterknallen. Erster Schuss. Schauen wir mal, was das für geht. Bisschen nervös. Aber sollte ja keine Sache sein, oder? Das ist jetzt seine Chance, vorzulegen. Ich habe schon mal richtig verkackt. Also, vamos. Vamos. Oh, 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 oh. Uuuuuh. Das ist ein Punkt, oder? Ein Punkt, nicht schlecht. Wir gehen los. Ja. Jetzt komme ich. Schwacher Fuss. Schwacher Fuss. Vamos. Uuuuh. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Schade, schade. Weiter Schuss, jetzt muss ich was machen. Vamos. Uuuuh, zwei, ja? Drei Punkte. Allez. Oh. Das ist immer so ein Ruck. Oh, oh, oh. No. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Fertig. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Scheiße. Oh. Schon der dritte Schuss. Letzte Runde mit dem rechten Fuss. Da muss ich nochmal punkten. Let's go. Oh. Oh, ein Punkt. Ja, ein Punkt. Knapp. Komm, 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 komm. Das hat schon etwas Schwierigkeiten mit dem rechten Fuss. Müssen wir jetzt auf die linke Seite wöxeln. Es sollte kein Problem sein, oder, Sven? Danke, okay. Easy, easy. Ja, ist gut. Oh, ui, ui, ui. Jetzt musst du was zeigen, ne? Oh, oh. Der Druck. Unmenschlicher Druck. Ja, schon. Come on. Aber er hat riskiert, direkt genommen. Respect. Der nächste Sist. Der nächste Sist. Oh, der Runde. Over. Linker Fuss, kein Problem. Oh, das ist ein Problem. Oh, nein. Nein, komm, es ist nicht schlecht. Bro, jetzt musst du nachziehen, ne? Ja, knapp. Oh. Da kannst du das rein... ...inschneiden, was so auf andere Planeten geht. Bro. Scheisse, also für mich sind's... ...fünf? Nein, sechs. Sechs Punkte. Ja, sechs Punkte. Ja, wird schwierig, Leute. Wird schwierig. Sechs. Ha! Zero. Neu. Okay, geht. Kommt, Jungs. Kommt. Du kannst das Spiel entscheiden, ob ich letzter bin oder nicht. Und, und, und. Einer muss er noch zeigen, ne? Letzter Schuss. Entweder werde ich zweiter oder letzter. Deine Chance. Du kannst dich gegen Tupacone verlieren. Ich darf nicht. Geh nicht. Jetzt. Koi. Oh, Tor. Video. Video. Bar. Komma. 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 Ich versuche mal mit dem schwachen Fuss. Wer ist der Schuss? Ui. Oiii 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 Das war nicht schlecht Schwacher Fuss Karbona Bruder Viel zu wenig 2. Versuch von mir Du kannst gewinnen, wenn du ihn jetzt machst, hast du gewonnen. Rabona oder starker Fuss, was soll ich machen? Komm, komm. K.U. Runde. Das heißt, jetzt gilt das ernst, nur noch starker Fuss. Wird ein langer Tag heute ab, knapp. Ja, guter Schuss. So, Hashtag Irrenmann für den Rabona. Oh, nein, Mann. Hätte ich dir gegönnt. Hast du, du hast gut nicht gewonnen, oder? Wir machen noch eine Challenge. Ja, es gibt noch eine Challenge. Es geht darum, wer verliert. Das heißt, eigentlich, ich bin eigentlich raus aus der ganzen Sache. Ja, stimmt. Aber bei mir ist ja alles gut. So, jetzt geht es darum, wer letzter wird. Entweder bin ich es, oder es ist der gute alte Sven. Fussbalkaner, Boy. Ja, und jetzt machen wir ein Elfmeterschießen. Ganz normale Regel. Seid ihr nervös? Ein bisschen. Sven? Alles gut. Alles gut? Oh, okay. Ich freue mich schon auf Asch runterschießen. Los! Oh! 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 Was ein Torhüter! John? Oh! Oh! Komm, jetzt mach ihn. Komm, komm! Oh! 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 Da ist das Tor! Ali Ali! Okay, der war eiskalt. Aber nicht schlecht. Come on, Sven. Hau ihn rein! Ah! Eieieiei! Bitter! Fühlst du dich so? Ein bisschen nervös, aber es geht nicht. Du kannst dich retten. Der Druck steigt. Die Spannung steigt. Der macht doch ihn sauber. Da hat er sich gerettet. In letzter Not. Letzter Not. Hab ich gewonnen? Ja. Geil. Ja, wie fühlst du dich? Yes! Ich freue mich. Schön. Schön. Sven, tut mir leid, ne? Oh, ist gut. Erstes Mal bei uns. Und schon wird er fertig gemacht. Ja. Unglaublich. So haben wir es gerne bei uns. Ja. Jetzt kommt das Arsch abschießen. Bist du ready? Es geht. Jeder hat wie viele Schüsse? Machen wir? Machen wir zwei, oder? Ja. Zwei. Zwei. Komm. Zwei. Zwei. Und das erste Mal knallts. Alle. Alle, komm. Kann ich schießen? Ready, go! Oh! 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 Uiihihi In die Waden Ja, das ist fast hässlicher Fast hässlicher Wieder an die Waden Frech Das tut mich schon fast leid Aber so sind Challenges mal Halt mal, ne? Ja, aber war geile Challenge Hat Spaß gemacht Vor allem dir, ne? Ja, sehr Ne, aber War eine saubere Sache auch von dir Ich würde sagen, machen wir wieder mal Einfach ohne Arsch Abknallen, ne? Perfekt Fazit zu den Schuhen Die Schuhe Schuhen Sprachen lernen Fazit zu den Schuhen Die Schuhe sind wirklich top Muss ich sagen, ultra leicht Der Schuh heisst auch Ultra von Puma Und ja Gefällt mir sehr Optisch auch Die Farbe Wirklich top Ihr könnt sie Beim Sven Im Fussbalkon Kaufen gehen Ja, was sagst du dazu? Ne, viele sind super Schuhe Kommt bei uns vorbei Ja? 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 Nein, sind wirklich geil Ja? Ja, top Top Finde ich auch Wenn ich da reinzoome Wirklich nice Schuhe Schuhe Und ja Nach so einem Duell Müsst ihr auch Dem guten Sven Was Gutes tun Kommt bei uns vorbei Vamos Dom Hom ew specialize